Hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein ganz anderer Test, nicht direkt was mit Computern zu tun hat. Es geht um eine Taschenlampe, genauer gesagt um eine LED-Taschenlampe, man könnte sogar sagen ein LED-Scheinwerfer. Das Teil ist nämlich wirklich ziemlich gut, ist von der Firma Zwei Brüder und nennt sich LED-Lenser X7R. Ja, kaufen kann man diese Taschenlampe im ausgesuchten Fachhandel. Alle wichtigen Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich bin sehr gespannt, was die Lampe kann, denn das Ganze ist eher ein Premium-Produkt, ist auch nicht ganz billig. Unverbindliche Preisempfehlung, ich glaube 189 Euro, das ist natürlich kein Pappenstiel, aber die Lampe hat viele interessante Funktionen und man kann sie durch das homogene Lichtbild sogar als Videoleuchte benutzen und die sind auch nie günstiger. Packt man den Koffer mal aus, findet man die Taschenlampe mit einem praktischen Gürtelhalter. Angegeben ist die Lampe mit 500 Lumen und soll 320 Meter weit leuchten. Es fällt einem direkt auf, dass die Lampe sehr klein und handlich ist. Das liegt vor allem an dem großen Lithium-Ionen-Akku, der verbaut ist. Mit normalen Batterien würde man diese Energiedichte nicht schaffen. Eben habt ihr gesehen, das Ladegerät ist ein USB-Ladegerät. Hier sieht man es nochmal. Das Ganze ist magnetisch und klippt sich direkt hinten auf der Lampe ein. Sehr praktisch, denn dadurch kann man auch diverse USB-Auto-Ladestationen benutzen und man kann das Ganze am Computer laden. Noch eine praktische Handschlaufe ist dabei und ein Wandhalter. Beschreibung und Schrauben für den Wandhalter. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wie das mit dem Wandhalter und dem Ladegerät funktioniert. Das kann man nämlich hier oben reindrehen. Und wenn dann die Lampe an der Wand hängt, also der Halter, kann man einfach die Lampe nur von den Magneten gehalten dranhängen. Das funktioniert sehr gut, das ist ein sehr starker Magnet. Hier sieht man, so sieht das dann aus und dann kann man die Lampe locker nehmen. Oben sind auch noch diverse LEDs, die den Ladezustand, den Diagnosezustand mit verschiedenen LEDs anzeigen. Das hier oben ist der Ein- und Ausschalter. Gleichzeitig dient das Ganze auch als Taster, um durch die verschiedenen Programme zu schalten. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt Lichtprogramme. Die drei Lichtprogramme, Easy, Professional und Defense, dienen hauptsächlich dazu, die verschiedenen Funktionen der Lampe in verschiedene Bereiche einzuteilen, damit man je nach Anwendungsgebiet schneller darauf zugreifen kann. Jetzt sehen wir auch gleich, was die Lampe eigentlich noch alles kann. Neben diversen Blinklicht und SOS-Sachen, das können eigentlich ziemlich viele LED leuchten. Das ist keine große Kunst. Gibt es hier auch noch ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel den Stromsparmodus, der auf besonders lange Nutzung ausgelegt ist. Den Bereich volle Leuchtkraft, das ist wirklich mit Power. Und es gibt einen richtigen manuellen Dimmer. Dadurch kann man das Ganze wirklich sehr gut als Videoleuchte benutzen. Schnellen Lasern ist natürlich direkt der Defense-Modus, also der Selbstverteidigungs-Modus ins Auge gesprungen. Das ist wirklich ein Selbstverteidigungs-Modus für Frauen, die nachts durch den Park laufen. Wenn man den aktiviert, leuchtet die Lampe so hell und blinkt so schnell hintereinander. Das ist ähnlich wie ein Stroboskop in der Diskothek, nur viel, viel schneller. Man kriegt davon wirklich Kopfweh und ist wirklich geblendet, weil man eigentlich, wenn man in die Richtung schaut, nur noch Sternchen sieht. Aufgrund der Aufnahme-Bildwiederholungsfrequenz der Kamera kann ich das natürlich nicht richtig zeigen. Aber hier seht ihr mal, wie das aussieht, wenn man mit der Taschenlampe im Defense-Modus in die Kamera leuchtet. Das ist schwer zu beschreiben, man muss es selbst mal erlebt haben. Zurück zur Lampe. An der Vorderseite haben wir ein Justierring. Damit können wir das Ganze sperren und entsperren. Und zwar den Zoom der Lampe. Wenn man den Kopf vor und zurück schiebt, dann wird der Lichtkegel fokussiert oder breiter. Durch die spezielle Fokussierung überdecken sich die beiden Lichtkegel immer. Das ist der Defense-Modus. Das sieht man natürlich wieder nicht richtig. Ist ja klar, habe ich euch ja schon erklärt. Mit einem Druck auf den Taster am Ende kann man durch die verschiedenen Funktionen schalten. Je nachdem, was für ein Leuchtprogramm man gewählt hat. Möchte man das Leuchtprogramm verändern, muss man viermal kurz auf den Taster drücken und dann die Taschenlampe einschalten. Dann schaltet sich die Lampe automatisch ins nächste Programm. Um zu zeigen, wie effektiv die Fokussierung ist, habe ich hier mal ein paar Fotos in einer 50 Meter langen Einfahrt gemacht. Das hier ist jetzt voll fokussiert. Und das hier ist mit möglichst breitem Lichtkegel. Man sieht, wie schön homogen das Licht ist. Also das kann man durchaus zum Ausleuchten benutzen. Jetzt dachte ich mir, irgendwie musst du ja zeigen, wie toll hell die Taschenlampe ist. Also habe ich mir eine andere LED-Taschenlampe genommen mit sechs LEDs. So ein Teil für 20 Euro. Gesagt, getan. Ein Foto gemacht mit denselben Einstellungen am Fotoapparat, damit da nichts verfälscht wird. Und das Ergebnis seht ihr hier. Jetzt werden einige sagen, oh Gott, was hat denn der für ein Teelicht in die Einfahrt gestellt. Aber das ist tatsächlich eine eigentlich relativ helle 6 LED Taschenlampe. Ihr seht, der Unterschied war so gewaltig, dass es eigentlich unfair ist, die beiden Taschenlampen gegeneinander antreten zu lassen. Also musste ich einen richtigen Gegner her schaffen. Und ich wollte nicht kleckern, sondern klotzen. Deshalb habe ich gleich mal das stärkste gesucht, was ich so zur Verfügung hatte. In der Garage wurde ich fündig. Ein bisschen Xenon-Licht schadet nie. Und schon hatte ich den optimalen Gegner gefunden. Also auf zur Teststrecke. Und damit es nicht unfair wird, habe ich nicht eine, sondern zwei LED-Lensataschenlampen benutzt. In dieser Videoaufnahme sieht man, wie das Ganze mit eingeschaltetem Fernlicht vom Auto aus aussieht. Natürlich sollte man bedenken, die Reflektoren der Xenon-Scheinwerfer sind natürlich riesig groß. Die Ausleuchtung in der Breite ist natürlich viel besser. Da kann natürlich die Taschenlampe nicht anstinken. Allerdings kann man, wie ich hoffe, doch sehen, wie leistungsstark die Lampe dann doch ist. Also starten wir mal unseren Test. Das ist das Xenon-Licht. Und das sind die beiden LED-Lenser X7R zum Vergleich. Natürlich können die nicht gegen die Xenon-Scheinwerfer gewinnen. Da fehlt eine Menge Reflektorfläche und ein großes Lampengehäuse, das da eine größere Lichtausbeute ermöglichen würde. Man sieht aber schön, wie hell die Taschenlampen in der Tiefe sind. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass das durchaus reichen würde, um Auto zu fahren. So, das war mein LED-Lenser X7R-Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zum Produkt habt, stellt die einfach in den Kommentaren. Oder schaut euch noch meinen Artikel zu der Taschenlampe auf meinem Blog an. Alle weiteren Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ich wünsche noch einen schönen Tag und Tschüss.